Geheim Plan digitaler Euro schon 2026 Fragezeichen. Es wird ernst, liebe Leute. Es geht um unsere Freiheit. Es geht um euer Geld. Es geht um den Euro. Der WDR hat sich also ausgieblich mit dem digitalen Euro beschäftigt und kommt zu dem Schluss, dass Bargeld eigentlich Quatsch ist und sogar kriminell ist. Bargeld hat noch einen wichtigen Nachteil. Es kann völlig anonym genutzt werden. Die packen das als Nachteil da rein, Digga. 6, 8, wir sind out of control. Sommernacht, heute am Block und wir hustlen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut, meine lieben Freunde. Liebe ist da. Ich küss euer Herz. Und zwar gehen wir in ein nächstes Video rein, welches heißt, spontan haben wir uns dazu entschieden, weil einer im Chat geschrieben hat, dass jetzt die Mainstream-Medien darüber berichten, dass 2026 der digitale Euro kommt. Und dann habe ich jemanden gebeten, mal ein Video dazu in den Discord reinzuschicken und das hat er auch getan. Und zwar heißt das Video Geheimplan, digitaler Euro, schon 2026? Und das ziehen wir uns jetzt kurz rein. Gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben dalassen für den Support, einen Algorithmus, Kommentar schreiben. Und ich würde sagen, wir gehen rein in den Peter. Let's go. Peter, hey, den Mann. Es wird ernst, liebe Leute. Es geht um unsere Freiheit. Es geht um euer Geld. Es geht um den Euro. Wir wissen ja alle, dass das Geldsystem, insbesondere der Euro, einige Probleme hat. Und heute hat Herr Lindner auf der Digit... Und das auch nicht seit gestern. Ich kann mich daran erinnern, dass 2020 schon einige Kollegen davor gewarnt haben, dass das Geldsystem früher oder später, also aktuell vor allen Dingen, immer mehr den Bach runtergeht und früher oder später zusammenbrechen muss. Und ja, ich denke mal, das ist dann so die Alternative. Weißt du, wie ich meine? Das ist dann so das, mit dem die um die Ecke kommen werden und sagen werden, das ist unsere letzte Rettung. Der digitale Euro. Und dazu muss man halt ganz klar sagen, dass da halt einige Dinge mit einhergehen, die man damit anstellen könnte, die am Ende des Tages nicht wirklich zur Freiheit des Einzelnen beitragen. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Digitalmesse ist eine Art Digitalmesse in Berlin. Bekannt gegeben, dass er den digitalen Euro eigentlich ziemlich gut findet. Er hat sogar Werbung dafür gemacht und irgendwelche sonderbaren Vorteile des digitalen Euros gepriesen. Also das hätte ich selbst nicht in so kurzer Zeit für möglich gehalten. Ich dachte immer... Das ist krass, weil der Ernst Wolf zum Beispiel, der redet ja schon seit längerer Zeit darüber. Ja, es ist ja nicht erst seit gestern, dass er dieses Thema auch ausgepackt hat, dass es eine Zentralbankwährung geben wird, dass es eine digitale Zentralbankwährung geben wird. Wir im Chat haben uns da schon vor Wochen oder Monaten mit beschäftigt und sehen das schon länger auf uns zukommen, oder Freunde? Digitale Euro ist so ein Hirngespenst und so weiter, das sich niemals durchsetzen wird. Aber jetzt kommt er wahrscheinlich schon 2026. Aber eins nach... Das krass ist, die ganzen Leute, die sich nicht damit beschäftigen und gar keine Ahnung haben, die gucken sich das an und die denken so, okay, ja, ist doch geil, Digitale Euro, die haben sich damit gar nicht auseinandergesetzt. Und das ist ja das Gefährliche so. Deswegen tun wir auch mies recherchieren, meine lieben Freunde, damit wir uns auf die Dinge, die eventuell in der Zukunft passieren, vorbereiten können und davon wenigstens schon mal gehört haben. Don't ever play yourself, man. Du weißt ja ganz genau, wie das läuft. Alter, Samsuba ist da. Ich küsse dein Herz. Danke für deinen Support. Liebe geht raus. Gang. Hau die Faust rein, Junge. Stark. Schauen wir uns zuerst mal an, was Herr Lindner heute von sich gegeben hat hier in Berlin. Das zeige ich euch hier. Da macht er also Werbung für den digitalen Euro und erzählt jede Menge Quatsch. Er sagt unter anderem, erstens ermögliche diese innovative Technik, neue Anwendungen, zweitens eine gewisse Souveränität, damit man bei Zahlungssystemen nicht mehr auf die Amerikaner angewiesen sei und drittens sollen damit alle Bürger direkte Möglichkeit bekommen, Zentralbankgeld ohne Umwege zu erhalten. Da werden jetzt halt so wie immer, wie bei vielen Dingen, so jetzt zum Beispiel, weil wir vorhin drüber geredet haben, zum Beispiel bei der Corona-Impfung werden ja nur die Vorteile genannt und werden nur die Sachen genannt, die das eventuell, also die Möglichkeiten, die das eventuell mit sich bringt und so, dass die Leute halt richtig Bock darauf haben, weißt du, und dann nicht darüber nachdenken, was es eventuell auch für negative Dinge mit sich bringen kann und ich bin mir bewusst, dass es natürlich eventuell auch den ein oder anderen Vorteil mit sich bringen kann, aber eine zentral gesteuerte Währung, die du nur noch digital hast, da muss man ja nur zwei Schritte weiterdenken und kommt dann auf so Themen wie, keine Ahnung, Alter, dass das quasi zentral gesteuert wird und dass du dann sehr krass abhängig bist von einer Instanz so. Da gibt es dann keine Alternativen mehr, da gibt es kein Bargeld mehr, da gibt es keine andere Bank mehr, da gibt es nur noch diese eine und wenn du dich mit der irgendwie verscherzt hast oder wenn da irgendwas passiert oder wenn die irgendwelche anderen Dinge noch zusätzlich umsetzen wollen, sagen wir mal zum Beispiel, es kommt dann wieder eine Pandemie um die Ecke und es gibt diesen digitalen Euro und der ist nur von einer Zentralbank reguliert so, dann kommt diese Pandemie um die Ecke und dann sagt man den Leuten, ihr dürft nicht mehr dies, ihr dürft nicht mehr das, dann kann man denen auch das Geld sperren, kann man sagen so, da und da kannst du nicht mehr bezahlen, hier und da kannst du nicht mehr hinfliegen, das und das Ticket kannst du nicht mehr kaufen, weil es ist ja gesteuert von einer Zentralbank, weißt du, und das muss man halt, solche Sachen muss man halt auch mit durch überlegen, weil das kann natürlich auch negativen Sachen mit sich bringen, so. Sagt Lindner, also was das für ein Quatsch ist, hätte ich von meinem Finanzminister eigentlich niemals erwartet, dass er sowas sagt, also ich meine, was hat das jetzt mit Plastikkarten und Paypal und so weiter zu tun, mit Mastercard, es geht ja um den digitalen Euro, das andere ist ja auch digital, aber es ist eben nicht sowas wie Bitcoin oder Kryptowährung, Arthur sagt gerade, Bargeld soll es aber weiterhin geben. Echt, ja? Haben die das so kommuniziert? Denn die digitale Euro, der digitale Euro hat es wirklich in sich, die meisten Menschen sind wahrscheinlich gar nicht so richtig darüber informiert, was es bedeutet, in Zukunft nur noch digital zu zahlen. Das ist auch so eine Sache, natürlich kann man dann auch jede Transaktion irgendwie nachvollziehen, ne? Leute, überhaupt keine Vorstellung, wenn also du nur noch mit Wallet und elektronisch zahlen kannst, dann sind der totalen Überwachung Tür und Tor geöffnet. Ist aber nur eine Frage der Zeit, bis das Bargeld auch verschwindet, sagt der Robson. Dann kann der Staat dir sagen, wofür du dein Geld ausgibst oder er kann dir deine Wallet ganz ausknipsen oder wenn es irgendwie mal wieder... Ja, man muss erst mal hinbekommen, dass dieses digitale Geld und diese Zentralbankwährung akzeptiert ist von der Gesellschaft. Das ist erst mal der erste Schritt auf jeden Fall. Dass jeder so eine Wallet hat, dass jeder sich dieses digitale Zentralbankkonto dann einrichtet und so. Wenn man das erst mal geschafft hat, dann ist man schon einen guten Schritt weiter so. Und das geht scheibchenweise, mein Lieben, Freunde. Ja, also das muss man sich auch klar und bewusst machen, so. Es heißt nicht, dass es in die Richtung gehen muss. Ich sag das nicht, weil ich hab keine Ahnung. Wer bin ich schon, weißt du? Aber ich male mir halt teilweise hier und da Szenarien aus und... Ja, Digga, das kann, dass es dann ein leicht ist, dann noch eine kleine Umstellung zu machen, so, weißt du? ...beschränkungen gibt oder ein Radius, in dem du dich aufhalten darfst, hatten wir ja alles schon mal. Dann kannst du dir keine Fahrkarte kaufen, die also beispielsweise über diesen Radius hinausgeht. Also ich bin wirklich schockiert darüber, dass die ganzen Nachteile eines digitalen Euros in den Medien, vor allen Dingen in der Qualitätspresse, überhaupt nicht diskutiert werden. Das kennen wir ja schon, mein Lieben, Freunde. Dass man auf die Gefahren für deine Freiheit, für die eingeschränkte Freiheit, für die Überwachung nicht hinweist. Und wie die Medien das Ganze aufgreifen, das möchte ich euch heute, möchte ich euch mal auch mal zeigen. Also ich war regelrecht schockiert, als ich... Klar, die wollen halt die Leute davon überzeugen, so. Da kannst du jetzt nicht noch sagen, dass das Risiken mit sich bringt. ...gelesen habe, hier sind wir zum Beispiel bei der ARD. Das ist also WDR von heute. Die haben sich dazu auch geäußert und fragen, Zukunft des Bargeldes. Zahlen wir bald nur noch digital? Und da geben sich die Autoren, ohne das jetzt im Einzelnen da durchzulesen, die allergrößte Mühe, dieses digitale Bargeld, diesen digitalen Euro, doch als eine ganz große Errungenschaft... Und an der Seite Coronavirus in NRW, alle Beiträge zur Ausbreitung, Vorsorge, Ansteckungsgefahr und mehr, immer noch, oder was, Digga? Ist das dein Ernst? 2023 sind immer noch solche Berichte beim WDR? Ihr kommt doch nicht mehr klar, Jungs, innen, Alter. ...darkzustellen, dabei haben wir jetzt also was, was ich, tausende von Jahren Bargeld gehabt, hat da auch ganz gut funktioniert. Aber jetzt wollen sie auf einmal ins Digitale gehen, da kommen so ganz komische Argumente, wie beispielsweise die Herstellung eines Geldscheins kostet ja auch Geld. Wenn also alles digital wäre, dann könnte man da ganz viel Geld sparen, indem man die Geldscheine nicht mehr herstellen müsse. Also völliger Quatsch, völliger Irrsinn. Und dann kommt der WDR... Klimaneutral, Digga, haben Sie bestimmt auch mit reingepackt, oder? Qualitätspresse, wie gesagt, mit dem goldenen Argument, eine 1-Cent-Bünze kostet in der Herstellung sogar mehr, als sie wert ist, nämlich 1,65 Cent. Ja, Wahnsinn, kann man dazu nur sagen. Kein Wort. Eine 1-Cent-Bünze kostet in der Herstellung sogar mehr, als sie wert ist. 1,65 Cent. Ist das eher ernsthaft, Digga? Über die Wichtigkeit vom Bargeld. Dagegen wird Bargeld an allen Ecken und Enden desavouiert, diskreditiert, als unwirtschaftlich dargestellt. Also ich meine, wenn man Verschwörungstheoretiker ist, muss man wirklich sagen, ja, das ist alles geplant, völliger Irrsinn. Ja, sind wir. Ist alles geplant, völliger Irrsinn. Aluhüte raus, meine lieben Freunde, ja. Schön die Aluhüte, die Alufolie um den Kopf wickeln, wir sind wieder da. Es kommt ja der Hammer. Der WDR hat sich also ausgeblich mit dem digitalen Euro beschäftigt und kommt zu dem Schluss, dass Bargeld eigentlich Quatsch ist und sogar kriminell ist. Und er schreibt wörtlich, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, Bargeld hat noch einen anderen wichtigen Nachteil. Er kann, es kann völlig anonym genutzt werden. Hey Leute, Wahnsinn. Es kann, Bargeld hat noch einen wichtigen Nachteil. Es kann völlig anonym genutzt werden. Die packen es als Nachteil da rein, Digga. Das kann, ey, das hat einen riesen Nachteil, das Bargeld. Es kann völlig anonym genutzt werden. Also die Welt bewegt sich in eine Richtung. Schon damals bei Corona wurden schon Leute schräg angeguckt, die gesagt haben, dass es für mich wichtig ist, frei zu sein. Das Wort Freiheit war so ein Ding. Also wenn einer gesagt hat, Freiheit ist für mich wichtig, dann wurdest du in die rechte Ecke gedrückt und als Verschwörungstheoretiker dargestellt. Weil der hat Freiheit gesagt, Digga, was zur Freiheit, Bro. Das ist so krass. Aber wie die Leute auch alle mitmachen, oder viele. Und dazu ist ja Bargeld da, dass es anonym benutzt wird. Das ist ja eben geprägte Freiheit. Und nun wird die Tatsache, dass man das Anonym nutzt, das Bargeld, als Nachteil, ein wichtiger Nachteil dargestellt. Dabei ist das ja gerade der wichtigste Vorteil, dass niemand weiß, wo ich mein Espresso trinke oder wo ich hinreise oder wofür ich Geld ausgebe und so weiter. Und mich natürlich auch keiner kontrollieren kann. Und am Ende... Ich meine, ich persönlich gebe da einen Scheiß drauf, ne? Ich sage dir ehrlich, ich bezahle ja auch digital. Digital oft. Nein, eigentlich nicht. Hier in Mexiko ist... Also ich zahle halt oft mit Karte, so. Ne? Digital weniger hier in Mexiko. Aber in Deutschland habe ich auch viel mit dem Handy einfach bezahlt. Kontaktlosmäßig, so. Weil ich habe nichts zu verbergen am Ende des Tages, so. Sollen die doch wissen, wo ich bin, was ich kaufe oder was ich nicht kaufe, so. Ist mir eigentlich egal. Was sollen die damit anfangen? Ich bin... Ich mache keine bösen Sachen oder keine Sachen, die man nicht machen darf, so. Ist alles cool. Weißt du, mir ist auch egal, dass die mich mit meinem Handy auch kontrollieren. So. Da werden ja auch die ganze Zeit meine Daten ausgelesen, damit die das dann wieder in Werbung verpacken können. Und teilweise gibt es ja Leute, die auch die Kamera zukleben und so, weil das Handy schießt auch alle paar Minuten irgendwie automatisch ein Foto. Kein Plan, was sie damit machen. Aber wenn du nichts zu verbergen hast, dann ist es eigentlich auch egal. Aber wenn du auf einmal den Staatsschutz am Nacken hast, weil du gegen Corona geredet hast, dann sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Weißt du, wie ich meine? Das sogar verbieten kann oder sperren kann. Denn das ist die nächste Stufe. Wenn alles digital ist, dann ist das ziemlich einfach. Weil es wird auch immer weiter verschoben, so vom Wegen, was darf man noch sagen, was nicht. Und wenn es dann so China-Zustände annimmt, so, dann bist du halt ganz schnell gefickt, wenn die gesehen haben, dass du das oder das machst oder das oder das nicht machst, so, das ist halt das. Die Freiheit geht dann flöten. ... sind wir, ja, der Willkür des Staates völlig ausgeliefert. Naja, und jetzt kommt die wichtigste Frage, wann kann man denn jetzt hoffen, in Anführung hoffen, so schreibt es der WDR, dass dieser tolle digitale Euro... Ich feiere den aber, gell? Michael im Rost, Digga. Den haben wir uns auch reingezogen. Der hat doch mal über die Klimakleber sich ausgelassen. Das war der, glaube ich, auch. ... eingeführt wird. Und dann heißt es dann, im Oktober 2023 sollen die Banker ein Ergebnis einer Prüfung bekannt geben. Eine Einführung wäre frühestens im Jahr 2026 möglich. Hier steht es. Frühestens im Jahr 2026 möglich. Ja, da freuen wir uns doch alle drauf, dass wir endlich eine digitale Schlinge um den Hals bekommen. Okay, Frage in den Chat. Wer freut sich auf den digitalen Euro 1? Wer sagt, ich bin da skeptisch gegenüber, ich habe da keinen Bock drauf? 2. Und der Staat und die Behörden, die Finanzämter und wer auch immer, weiß, was wir mit unserer Knete machen. Also es ist wirklich völlig unerhört. Knete den, man. Wie die Medien, also jetzt nicht nur der WDR und die ARD. Ah, hier. 94 Flizzy hat Bock drauf. Der Einzige. 94 Flizzy, ich küsse deine Zirbeldrüse. Wir diskriminieren dich natürlich nicht, ja? Aber du bist der Einzige so far. Und eben alle anderen eben auch auf dieses Thema aufspringen und es auf einmal als wahnsinnig positiv darstellen. Und die Krönung ist natürlich, dass Sie als einen der wichtigsten Nachteile des Bargeldes die Tatsache erwähnen, dass man damit anonym zahlen kann. Also bescheuerter geht es nicht mehr. Aber das ist nun mal die Realität, in der wir leben. Müssen wir uns warm anziehen. Also meine persönliche Meinung ist... Mut zum Anderssein. 94 Flizzy ist ein bisschen anders unterwegs, Digga. Lass ihn doch. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dass man Bargeld tatsächlich nicht so schnell abschaffen kann. Übrigens sind die meisten der Deutschen in einer Umfrage dafür... Schwierig, Digga, das Bargeld auch so schnell abzuschaffen. Das stimmt. Viele Deutsche sind auch noch dafür, glaube ich. Mal gucken, was er jetzt sagt. Diese Umfragen sind sowieso dubios. Wer sind die Leute, die die Umfrage machen? Welche Leute werden befragt und so? Aber ich glaube, um das Bargeld endgültig abzuschaffen, ist eigentlich nur möglich, wenn so ein extremer Zusammenbruch stattfindet in Form von, dass das Geld nichts mehr wert ist. Dass du wirklich dann für ein Leib Brot, was wir in Deutschland mal hatten, über eine Million bezahlen musst. Dann haben die Leute keinen Bock mehr. Also dann hat das Bargeld keinen Wert mehr. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, um das bei allen rauszubekommen irgendwie. Oder? Dass das Bargeld erhalten bleibt. Aber gut, darauf nimmt natürlich die Regierung keine Rücksicht. Und jetzt muss man natürlich medial auf sie einwirken, dass endlich ein Umdenken einsetzt und man das Bargeld endlich abschaffen kann, verbieten kann oder sonst irgendwie es außer Kraft setzen kann. Da gibt es ja verschiedene Mittel und Tricks, die uns in Zukunft das Zahlen mit Bargeld wahrscheinlich erschweren werden. Die Bargeldgrenzen werden ja schon jetzt immer weiter runtergesetzt. Wahrscheinlich darf man hinterher nur noch einen Kaffee mit Bargeld bezahlen. Wird wahrscheinlich... Bro, der eine sagt gerade, das ist ein guter Hinweis. Bro, reicht schon, wenn Lidl und Aldi sagen, wir nehmen kein Bargeld mehr an? Ja, stimmt, wenn die kein Bargeld mehr annehmen. Hast recht. Und 94 Flizzy sagt, digitale Euro bedeutet erstmal nur, dass das überall angenommen werden muss, Bro. Bargeld gibt es immer noch. Das sind zwei verschiedene Themen. Ja, klar, aber natürlich schrittweise. Man muss natürlich sich klar machen, was eventuell dann später noch auf einen zukommen könnte. Das haben wir aber eben auch schon besprochen. Ich glaube, da warst du nicht da. Und darüber hinaus wird es wahrscheinlich eine Knappheit der Scheine geben. Es wird, man könnte sich auch vorstellen, um das Bargeld unattraktiver zu machen, dass man sagt, jeder, der Bargeld nutzt, muss dafür eine Gebühr zahlen. Stimmt, Digga, das könnte man auch machen. Haben wir ja gerade beim WDR gelernt, kostet ja schließlich Geld. Außerdem muss es transportiert werden. Alles sehr, sehr teuer. Also wenn du tatsächlich dann immer noch mit Bargeld zahlen willst und zum Geldautomaten gehst, dann wird, wenn du 100 Euro abziehen willst, dann ungefähr eine Gebühr von 10 Euro fällig oder so. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr, damit es einfach unattraktiv sind. Das sind die fiesen Tricks, die in Zukunft... Also ich glaube auch nicht, dass das Bargeld abgeschafft werden kann. Können kann alles, Bro. Nix ist unmöglich. Ob das jetzt so schnell stattfindet, ist die andere Frage. Aber möglich ist es definitiv. Definitiv. Alles ist möglich, Bro. Und zwar... Die haben doch schon während Corona gesagt, dass man nicht mehr mit Bargeld bezahlen soll. Gab es einige Läden, wo ich reingegangen bin, wo gesagt wurde, man darf nur noch mit Karte bezahlen. Angeblich wegen Infektionsschutz und so. Also es gibt immer Möglichkeiten, das hinzubekommen auf jeden Fall. Um den digitalen Euro einzuführen. Ich frage mich natürlich, wie Oma Müller das macht und Menschen, die jetzt nicht so geschickt sind mit Handy. Es gibt ja auch noch Leute, die gar kein Smartphone haben. Muss man ja auch... Das ist auch eine Sache. Es gibt Leute, die haben kein Smartphone. Vor allen Dingen auch, wenn man das wirklich weltweit einführen möchte, dann wird das auch nochmal ein Riesen... Also ich glaube auch nicht, dass das so einfach ist, um ehrlich zu sein. Weil es gibt natürlich auch Länder und Orte auf der Welt, wo die Leute gar keinen Zugang haben zu Smartphones. Weißt du? Und was willst du mit denen machen? So. Den. Finde ich übrigens ganz lustig, so ein Leben. Ich finde es sogar sehr interessant. Persönlich kann es mir nicht leisten, aber ich bewundere alle, die kein Smartphone haben. Und es gibt auch Leute, die haben keinen Computer und keine Wallet und dies und jenes. Also wie das alles technisch umzusetzen ist, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Dürfte ziemlich schwierig sein. Einfach ist es jedenfalls nicht. Ne, ist nicht einfach. Sehe ich auch so. Dass ein Laie digital über eine Wallet bezahlt. Aber wenn man die nötigen Zuckerbrot und Peitsche einsetzt, wahrscheinlich dann doch klappen. Wenn man zum Beispiel in den Geschäften oder bei Bäckern liest, wenn du mit dem digitalen Euro zahlst, dann ist alles 10% billiger und so weiter. Geht ja auch im Umkehrschluss. Nicht nur, dass du Geld bezahlen musst, wenn du Bargeld haben willst, sondern eben, dass du auch Vergünstigungen bekommst. Wenn du nicht Bar zahlst, dann könnte es ja so sein, dass demnächst auch Leute, die etwas unerfahrener mit diesem digitalen Wahnsinn sind, dann doch es nutzen, weil sie einfach Geld sparen wollen. Also um es nochmal zusammenzufassen, ich hätte selbst nicht gedacht, dass wir so nah an diesem digitalen Euro dran sind. Ich kann nur hoffen, dass das technisch so schwierig wird, dass sie es gar nicht richtig umsetzen können. Und nicht zu vergessen ist natürlich auch... Die haben das ja in Nigeria schon, das hat der Ernst Wolff auch mal erzählt, die haben das ja in Nigeria schon einmal probiert und das hat nicht wirklich funktioniert mit dieser digitalen Währung. Also es ist definitiv nicht so einfach, wie man denkt, das umzusetzen. Und ich glaube nicht, dass das so schnell kommen wird, wenn ich ehrlich bin. Dass dieser ganze digitale... Vor allen Dingen, wenn das kommt, heißt es noch lange nicht, wie einige auch im Chat geschrieben haben, dass es dann kein Bargeld mehr geben wird. Ich glaube, es wird erstmal eingeführt. So, und dann dauert es auch nochmal eine extrem lange Zeit, bis sie dann eventuell sagen, Bargeld nicht mehr und so. Also es ist alles ein Prozess. Aber wir bewegen uns darauf zu. Nur funktioniert, wenn auch Strom da ist. Ja, wenn auch Strom da ist. Und der wird ja bekanntlich knapp. Wir sind ja jetzt im Mai. Netto Strom importiert. Ben Mack sagt gerade, und was ist? Und wenn das Internet zwei Wochen ausfällt, was machen wir? Fragezeichen. Ist auch so eine Sache, ne? Was ist, wenn du keinen Zugang mehr hast, Digga? Wenn du keinen Internetzugang hast, auch wenn du mal irgendwo bezahlen willst oder irgendwas los ist oder so, und du hast aber kein WLAN oder du hast kein Internet einfach. Hier in Mexiko kommen auch mal ab und zu ein paar Hurricanes und da hatten wir auch schon mal eine Woche gar keinen Strom. Was ist denn dann? Das ist eine gute Frage. Mit Krypto geht das auch offline. Das war auch gerade, was mir im Kopf durchgegangen ist. Vielleicht kann man das dann irgendwie offline sogar machen, dass die Wallet wenigstens funktioniert offline, ne? Wenn man den digitalen Euro macht, auf irgendeiner bemerkwürdigen Messe hier, digitalen Messe in Berlin, dann muss man leider befürchten, dass die Kräfte, die den digitalen Euro nach vorne bringen wollen und endlich dann auch zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen wollen, dass diese Kräfte die Oberhand gewinnen und wir am Ende unser Bargeld los sind. Dagegen hilft nur, dass ihr Bargeld aktiv immer mehr einsetzt. Ich kenne viele Menschen, die gleicher Meinung sind wie ich, aber trotzdem eben immer nur alles mit Kreditkarte. Ja, 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 zu solchen Leuten gehöre ich auch. Und das ist ja die... Ich bin halt aber zum Glück, also ich bin ja nicht in Deutschland so. Das hat keinen Effekt auf das deutsche System mäßig, aber stimmt schon. Wenn du mehr Bargeld benutzt und die Leute sehen, dass so viel Bargeld im Umlauf ist und die meisten Leute Bargeld benutzen, dann ist auch nochmal so eine, glaube ich, dann macht es das den Leuten nochmal ein bisschen schwieriger, wa? Die Vorstufe sozusagen des digitalen Euros. Also setzt Bargeld aktiv ein, kauft auch Dinge, die tausende von Euro kosten, in bar, damit sich das Bargeld weiter verfestigt. Das ist mein Aufruf an euch alle. Ich befürchte aber, dass wir am Ende in der digitalen Euro-Falle sitzen und wir dann sozusagen eine digitale Schlinge um den Hals haben, wo die Behörden, wo die Regierung, wo das Finanzamt mit uns machen kann, was es wird. Boah, das Finanzamt, Digga. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Hast du Finanzamtsschulden, Bro. Da können die machen die so, Digga. Dein Konto ist weg. Aber das machen die auch jetzt schon. Das wird eine schöne neue Welt. Und nochmal, es ist sehr betrüblich, dass die Qualitätsmedien die Nachteile des digitalen Euro in keinster Weise irgendwie aufführen. Ja, du darfst den Qualitätsmedien nicht mehr vertrauen, mein Jutzer. Überhaupt, die JungsInnen Qualitätsmedien zu nennen, ist schon falsch. Weißt du? Riesel. Da müssen jetzt auch mal, die meisten Leute müssen jetzt auch mal endlich wach werden und sagen, ey, diese Qualitätsmedien, diese öffentlich-rechtlichen und die Mainstream-JungsInnen, die ziehen alle an einem Strang und die berichten nur das, was sie berichten müssen oder sollen oder dürfen und nicht neutral. Dass die öffentlich-rechtlichen Medien neutral berichten, das ist schon lange vorbei. Also bleibt lieber bei den alternativen Medien hier bei YouTube oder auch auf meinem Telegram-Kanal MMNews offiziell. Dort seid ihr immer aktuell informiert zu Wirtschaft und Politik. Der Link zum Telegram-Kanal ist gleich hier unter dem Tube. Perfekto, Michael. Dankeschön für die Zusammenfassung. Haben wir uns jetzt auch reingezogen, meine lieben Freunde. Digitaler Euro. Eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Wir haben ja jetzt im Stream schon unsere Meinung dazu abgegeben. Hab auch ein bisschen den Chat vorgelesen. Ich küss euer Herz. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Bleibt so wie ihr seid. Be unique. Dabei ist alles. Peace out. Peace out.